Claudia Schiffers Tochter Clementine ist ihr aus dem Gesicht geschnitten. Lange Zeit hat Topmodel Claudia Schiffer, 52, ihre Töchter Clementine, 18, und Cosima, 12, aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt zeigt die gebürtige Rheinbergerin zumindest ihre älteste Tochter Clementine mehr und mehr. Stand zuletzt sogar mit ihr für einen Modeljob der Bekleidungsmarke Realisation Paar vor der Kamera und nahm sie im Dezember 2022 mit auf den roten Teppich. Nun gibt es neue Bilder, die das Mutter-Tochter-Duo bei einem Dinner Day zeigen. Das Blitzlichtgewitter vor dem Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica ist gigantisch. Als Claudia Schiffer zusammen mit ihrer Tochter das gemeinsame Abendessen verlässt. Diese Bilder haben nicht nur seltenheitswert, sie beweisen auch, wie ähnlich sich Mutter und Tochter sind. Vor allem optisch, Clementine trägt wie Mama Claudia ihr blondes, schulterlanges Haar im Mittelscheitel. Kurt Heinbanks umschmeicheln ihr Gesicht. Beide betonen ihren sonnengeküssten Haar mit einem natürlichen Make-up. Als wäre das noch nicht genug, tragen Mutter und Tochter auch noch dieselben Farben. Claudia begeistert in einem tief ausgeschnittenen, bodenlangen zartgelben Kleid mit Glitzerdetails und einer Bastasche in Beutelform. Clementine setzt ebenfalls auf ein tief dekoltiertes Kleid im Hippie-Look. Ein sonnengelber Kardigan rundet den Look nicht nur ab, sondern harmoniert auch perfekt mit Claudias Kleid. Einziger Unterschied, statt Sand allein kombiniert die 18-jährige sportliche Adidas Neha-Cut zu ihrem Dress. Es scheint, als hätte Clementine nicht nur Mamas Kine vererbt bekommen, sondern auch den Sinn für Mode. Clementine, die mit vollem Namen Clementine Poppy de Vere Drammend heißt, ist das zweite Kind von Claudia Schiffer und Regisseur Matthew Fawken. Sie kam am 11. November 2004 in London zur Welt und hat neben dem älteren Bruder Caspar noch eine kleine Schwester, Cosima. Verwendete Quellen, Actionpress Was die